Oh, ich hab grad so geile Karten. Ich will die oder die. Wir machen das so. Ich nehm die, okay. Jetzt hab ich nicht schön. Jetzt muss Schnösik noch selber schreiben, eben. Meine ist echt gut. Meine auch. Bin ich mal gespannt. Hintergrund kapier ich nicht ganz. Pegida. Nazis, die auf Dinosauriern reiten, Laserpistolen binden, besitzen solche Fettigieren. Okay, die ist geil. Das war doch nimmer schnösik. Das klingt irgendwie herrnach. Ich hol mal wieder auf. Wollte wirklich letzter sein. Wer trinkt hier noch Bier? Ich trink Cola. Ist leid. Muss auf mein Flieger achten. Studien belegen, dass Laborraten 50% schneller durch Teststrecken finden, wenn sie ... ausgesetzt wurden. Danke. Oh, 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 fuck. Oh, das ist so verrückt. Das, ach nee. Ey, ich hab die Aufnahme grad wieder begonnen und dann kommt so ne Scheiße bei mir. Komm, let's go, go, go. Komm, let's go, go, go. Schlenz, hopp. Okay, nur was Einfaches. Jetzt müsste er sich erstmal räuspern für die Scheiße, als ich jetzt kommt. Stimmen belegen, dass die Laborraten 50% schneller durch Teststrecken finden, wenn sie ... ... Möps ausgesetzt wurden. Okay. Ich weiß, von wem das kommt. Wär's eh überhaupt nicht. Ja. Ein Furrier nach einem Black. Boah, ist das krank. Ich find's Jay doch auch für ne Bram. Ich mach die weg, ne? Warte mal. Warte mal, ich find's Jay. Na, dein ... ... Eil ... ... Eil ... Soll ich die auch wegmachen? Ja. Ja, warte mal. Nein. Ja, das lass ich, oder? Ja, oder? Lass mal, lass mal, lass mal. Da kann man doch was selbst zu schreiben. Boah, hab ich zwei. Ja, mach. She's a maniac, maniac, oh no. Oh, 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 oh. Ich mach jetzt auch mal Retro an. So, los geht's. Ja. Harry Potter und der Gefangene von ... ... der McDonalds. Okay. Harry Potter und der Gefangene von ... ... Schwanzkeksen. Die werden bestimmt nicht gut schmecken, aber ... ... lassen wir's mal. Bisschen salzig, ne? Harry Potter und der Gefangene von ... ... Pokemon Go. Harry Potter und der Gefangene von ... ... Deutschland. Oh, 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 oh. Erste oder letzte, ne? Der ist gut, der ist gut. Ich hätte mich entscheiden müssen vom ersten und zweiten. Nee, ich fand Schwanzkeksen auch gut. Der Gefangene von Schwanzkeksen, nee. Ja. Oh, eine neue Nachricht von Facebook. Sandy Mark, hm 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 hm. Ich brauch nur eine Sekunde. Das ist, das ist vielversprechend, würd ich sagen. Ich hoffe, man ließ auch dann dein, deins heraus. Ich hab jetzt hammer viele Fragen, die hammer lange, äh, hammer viele Antworten, die hammer lange sind. Boah, habt ihr die? Ich hab immer nur so einen Wörter Antworten. Hab ich auch gerade in der ganzen Zeit und dann hab ich die alle weggeklickt irgendwann oder weggemacht. Hier, hatte ich ja reingegeben. Und dann, dann kamen auf einmal andere jetzt. Aber ein paar hab ich noch da behalten, die lang. Aber ich hab auch drei Kurze oder so. Stay in the life, stay in the life. Ah, 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 stay in the life. Ich will nie wissen, was die Nachbar mir machen. Ich will wissen, was sie jetzt... Da geht richtig Party bei der ab, ey. Die kommt gleich rüber. Na ja, ich mach noch meinen Party dicht an und dann kann man weiter reden. Ja. So, Rowan, ab bevor you go, go. Rowan, mach los. Jetzt kommt bestimmt irgendein Link vom Man of the Vault. Ding in the life, stick in the life. Was hat das eigentlich mit Sandy aus sich? War das nur irgendein Insider, den ich nicht verstehe? Ich weiß es selber nicht. Das ist nur mein Name, ne? Gut. So, jetzt, neue Facebook-Name. Sandy, Mark, Snoop Dogg. Snob Dogg. Snob Dogg. Ah, Snob Dogg. Ah, okay, ja. Okay. Bin vor zu etwas... Before you go, go. Huuuiiii, den Heiratsantrags an fünf Kinder mitgemachen und dann für fünf Jahre Knast verkacken. Ja. Eindeutig. Danke. Before you go, go. Ich dachte mir, du darfst dich verlieren. Obwohl, woop, weh na, sobald noch bei Denton ist. Ich müsste jetzt wiederbekommen. Deine Freundin würde ich... ... 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 külpte die dünne er hat zwei sachen herr um zwei waren ja es ist eine annonce dass er hintereinander füchst wirst du mit warum ihr klub aber es ist auch ziemlich schwer was zu finden würde ich sagen obwohl schnösel hat schon wieder was so ich spiele übrigens jetzt mal mit unicorn pop oder pup ist der augenkrebs deluxe aber egal okay das können wir nehmen das könne passen das können wir machen das können wir machen das passt jetzt kommt der schreibt noch schön selber das hört nun sogar meine testung ist ich habe musste eine neue tastatur kaufen und die hatte beim mediamarkt nur irgendwie fünf tastaturen die mechanisch waren und das eine war der razor die klickt einfach würde das an ich bin ausgerustet das ist irgendwie bei wixen weißt du die kostet 120 euro und ein klick hat wie ein stück scheiße ja ich habe mir so eine gaming tastatur von ich weiß gar nicht welche firma das war geholt die gab es im angebot sogar ich wollte auch noch nicht gleich ja logisch wollte ich auch erst haben aber die haben eine freundin würde ich entfülle ich was das macht gar keinen sinn sich die hosen voll scheiß und dann ein stark mal vor und sie danach pimpern was alles klar pippa kongamunderland oh mein gott mcconnigl spon- oh mein gott mcconnigl wo hat er war aus äh deponia glaube ich ich hab sogar selbst geschrieben wie alle anderen wahrscheinlich auch oder sander mit einer assault sniper und mit einer sniper assaulten was ist super kalifagilistik ex- ja ex-pheraligetisch oder ja ich denke mal was super kalifagilistik ich hab was ganz dummes superkali fragesisch ohne höhle weiß wird jettisch superkali fragilistik superkali fragilistik ich hab was ganz dummes Mit den Kuckucks, kleinen Handpuppen im Kindergottesdienst, Kastor ist ja ertisch. Gehtisch, what the fuck? Superkling, Fallgottisch, Stefan Raab! Gehtisch! Die Esstruppe, der sich selbst witzig ist, war nett, gehtisch! Wow. Da soll man sich schon neu in richtigen Antworten, alles klar. Fan! Triss, äh, P, äh... Soll ich die wegmachen? Da, äh... Triss, äh, P, äh... Mach mal weg. Was sollte es in der Winkelgeisse zu kaufen geben? Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöööääööhhh Ok, die ist geil Ey, jetzt muss ich ja grad gucken, meine Mäuse die meckern ziemlich um Vielleicht haben sie Hunger Ne, ich weiß nicht, hab keine Ahnung was da aus ist Was sollte es in der Winkelgasse zu kaufen geben? Achso, schnöße ist ja dran Na? Nein. Näh, schnöße ich. Achso, was solltest du in der Winkelgasse zu kaufen geben? Schüssi. Was solltest du in der Winkelgasse zu kaufen geben? Und Schüssis Timeout. Was solltest du in der Winkelgasse zu kaufen geben? Ich hatte eine so gute Karte! Achso. Ein bisschen Pipi in der Hose. Einer Pieps mit vier Eiche... Eiche Piepsi, bitte. Sack. Kalter Kindergut. Ein einzelne Titte mit einem unfangreiche Sammlung sexuell Übertrag der Krankheiten. Es sind alle gut. Danke. Ja, ich fühlst es gerne. Also ich kann mich ja nicht entscheiden. Oh, nice. Was, was, was the lover of the Washington Post? Also ich hätte das mit der Titte oder Kinderkot genommen. Das Parteiprogramm der AfD besteht hauptsächlich aus. Oh Gott. Der giggelt schon. Thunder. So, das A-Bist-D-Parteiprogramm besteht hauptsächlich aus. Bono. Aus. Ähm, das richtige Tun wie Fleischpressen der Bacarien. Besteht hauptsächlich aus. Nuden-Jigger? Ja, den verstehe ich nicht. Entschuldigung. Happy Hippos. Das wurde mir so eingegeben, Nuden-Jigger. Wer weiß nicht, was das ist? Ich hätte mir bloß eine Sache darunter vorstellen können. Ich auch nicht. Ne, ich kann mir eine Sache vorstellen, die aber zu hart wäre. So. Ach, hätte ich mal... Dann würde er da in J stehen, kein U. Ja, aber... U, den Nigger. Weißt du so... Weißt du, das ist eine von euch ja, ne? Ja, ja. Ach, hätte ich mal... ...zuhause gelassen, so. Meine Mutter am besten. Oh, ich habe da so eine gute Karte bekommen, ne? Die habe ich jetzt erst verstanden. Ja, bin ich jetzt mal gespannt, was da kommt. Ja, aber die kann ich nicht nehmen dafür, das passt nicht. So, zwei fehlen noch. Wer ist ein Video-Layer? Keine Ahnung. Ist die Runde offen oder was? Hat er keinen Passwort reingemacht? Nö. Doch, habe ich. Ja, aber... Das ist ja hier... Hier sind ja Leute, wo das kommt. Hätte ich mal... ...pumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpump Fuckfuck! OOOOOOH! Fake News? Junge. Warum geht mal i Google an? Mein Handy ist gerade aufgeblendet ist, als ich Fleischertzen von Fake News gesagt habe. Als ich Fake News gesagt habe, geht mal i Google an. Danke dafür, Google. Jetzt geht es nicht an, wenn ich i Google sage. Im neuen Film, win-win-m. Night Shimalan entdeckte Bruce Willis, dass in Wahrheit die ganze Zeit noch mal eine andere Karte. Ja. Ich würde gerne mit Tom's Gasgriffe gasen. Okay, die lassen wir. Sicher? Jaja, die lassen wir. Hahaha. Hey. Moskau, Moskau. Bites to dust. Another one. Another one. Bites to dust. Bites to dust. Ach, keine Ahnung. Hey, 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 hey. Was ist los, Schnösi und Rohpfinder? Oder Bites. Hey, ich hab doch was. Doch. Ne, du brauchst noch. Jetzt hab ich. Jetzt hast du. Was? Warum ist das eine neue Karte? Unstrich war nur ein heftiger Prank von... Ne. Kin. Ja. Anglia Merkels. Alles klar. Zolti Bram, der seine TS-Rechte ausnutzt, um Vieh zu kicken, weil nur ein heftiger Prank von Dalu gehabt. Ja. Dalu-Red. Was ist Dalu-Red? Ich weiß es nicht. Das Trojanische Pferd in der Stadt nachgemorfen. Alles klar. Einem Suizidgefährdeten, die Just Do It Rede von Shia LaBeouf vorspielt. Oh wow, warte mal, die sind alle... Oh mein... Just do it. Ich nehm die einfach mal... Ich fand die Hammer geil, ey. Ich muss bei der letzten wurde. Ich muss das Lied machen, ich kenn das gar nicht. Nein, das Lied ist Just Do It. Weißt du? Ach so das. Ach von dem Lied. Weißt du das von... Ich habe nur noch nicht mit Pumpe 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 Sex. Du it. Du it. Du it. Au. Au. Das ist gut. Das ist gut. Das schlimm ist mein Meuse jetzt die ganze Zeit gerufen. Nicht, dass die sich nicht beißen. Ich hab noch einen Käfig da. Ich habe noch nicht mit... Äh, nur noch nicht mit... Byte? Ich habe nur noch mit. Ne, nur noch... Ah ja, nur noch mit... Pumpe. Karma Sex. Ja. Ist das die... Hübsche Schwarze? Lanes Angst vor dem fehlenden Hohen Sex. Junge! Was ist falsch passiert? Lass die Zombies! Lass die Zombies! Die scheiß schwarze Frau, das schreibt doch jedes Mal selber! Ja, die kann doch nicht immer nur die Karten von der haben, Alter. Ob sie überhaupt gilt, ist ja immer so. Darlus, Diegel, Klick passieren nur aufgrund von... Ich weiß nicht, ob meiner da so passt. Ja, mein, das ist ja trotzdem, ist alles gut. Jetzt ist die Frage, wer ist Videoplayer? Videoplayer, ich kann nicht so gut kicken. Aber ich weiß nicht, wer das ist. Soll ich ihn kicken? Nein, lass ihn mal. Ah, gut, er ist da. So. Da ist diegel, Klick, passiert nur aufgrund von... Stammzellsch. Aufgrund von... Da, da war einer keine große Karte. Pfff, okay. Diegel, die Klick von... Die Klicks auf den Fan-Treffen. Hm. Weiter? Das reicht schon, da liegt es gerade schon auf dem Boden. Wow. Das reicht nicht. Wach weiter. Er kann nicht mehr. Ah, da ist raus. Ja? Der hat irgendwie, glaube ich, Connections Problems, oder nicht? Ja, das ist... Lässt er auch einmal wieder da und dann sind auch einmal... Also, gleich war... Also, vorhin war er auf... Ja, jetzt ist er wieder da. Er hat Connections Problems. Oberschenkel muss gelten. Krankliche Juden auf AIDS oder HDS. Oh, wow. Man kann nicht auf AIDS oder HDS sein. Das ist Krankheiten. Mit... Das würde passen. Ja. Das ist grammatikalisch falsch! Jetzt gibt er keine Antwort. Oder er kann sich nicht entscheiden. Den kann... You received your payment! Danke! Achso, ich dachte schon, ich habe gewonnen. Weil jeder ausschreibt. Denkste gleich. Nein! Stenst darf reden! Äh... C... C4 in TTT ist out. Ist nun die beste... Äh... Mh... Ist nun die beste Bombe in TTT. C4 in TTT? Ja, gibt's. Wenn du, äh... Hier, äh... Terrorist bist, kannst du das legen. Ja. Ich kenne nur diese anderen... Ich habe TTT früher gespielt, aber C4? Hab' ich nie gespielt mit. Wir haben bessere Sachen. Wir haben ganz viele Mots. Gut, das geht ziemlich schnell. So. C4 in TTT ist out. Zärtlich... Zärtlichkeiten austauschen ist nun die beste Bombe in TTT. Alles klar. Interessant. Die beste Bombe in TTT ist jetzt... Ein geplatztes Kondom. Warte, Platz das denn erst, oder? Weißt du, wenn du schmeißt und dann macht's Bombe erst, dann bist du tot. Der muss ja einen Fernseher dran haben. Also muss da ein Schwarzer liegen, der... Zu enges Kondom war das. Jetzt geht's wieder los. Oder? Unkowolt. Okay, ne, ne? Kindersklaven. Ist der neue beste Bombe. Das richtige tun. Ah, das ist lame. Ach ja. Ja, endlich mal wieder ein Sieg. Ah, das war gut gewesen, das war gut. Hab' ich dir auch vorgelegt. Ah, Video Layer und Schnösi sind raus. Chris sagte in TTT, wollen wir's lassen? Einmal H47 Punkte, ihr Ju, äh, hä. Doch wollte eigentlich sagen, H47 Punkte, ihr Du. Lass'n wir weiter. Das machen? Ja. Ich wollte hin, dann lass'n. Lass'n. Ich will nicht mal entspannten. Bald hat's schon was. Alter! Auf'n sack' geht das überhaupt nie. schon schade dass die anderen raus und sind wir wieder zu viert eigentlich wollte ich sagen h 47 punkte hier du brennen ok ok kusin kuschler ist nicht witzig was staus da draußen der weihnachtsmann den kürt bösen kinder nun unter und in halbem sekund brauche ich nicht lange ja brauche ich nicht lange ich habe noch eine gute karte dafür eigentlich die andere aber das haben wir schon das ist dann langweilig eigentlich es ist schon um 10 durch naja ich kann mich doch wahrscheinlich sowieso nicht mehr noch erinnern was die freunds erste leute erwarten wir haben jetzt wir haben jetzt 10 schon soja ja das bringt mich dass es schon zu spät ist statt kohle gibt der weihnachtsmann den bösen kinder nun das wunder der geburt das ist scheiße statt kohle gibt der weihnachtsmann den bösen kindern nun das wunder der geburt herrn u rin okay statt kohlen gibt der weihnachtsmann den bösen kindern nun das ist alles scheiße und dann nimmst du auch das schlechteste von allen ja wenn du denn schon dachte ich den ich kenne so weil er die wenigsten punkte hatte ich bin punkt und habe einen kleinen punkt punkt wau und da ist der nächste raus das wop raus ja Nein, er ist wieder da. Stanz, let's go! Hau raus die Scheiße hier! Ja, mein Browser hat sich gebraucht. Ich bin... Ich bin... Ein völliger Spatzermann, und da war ein gleiches Film. Oh wow... Ja, das hätt man nicht. Ja, hinschreiben müssen. Ich bin ein frecher schwarzer Mann, Gillard Grindelwald, Sebastian Titten fickt Lenten. Und habe einen kleinen Wiesen. Stirbt da gerade einer? Ja. Bei... Mit dir? Ja! Witz! Aber ich... Was? Ich würde mal sagen, ich muss mal langsam... Und das Wichtigste ist erstmal, ich muss gucken, ob meine Mäuse noch leben. Warte kurz. Nein, von zehn Ärzten sagen, dass... Sagen aus, dass... ...zwei mal täglich... ...sundheitsfördernd ist. ...undanieren. So, beides Star hat irgendwelche Probleme. Ne, ich bin jetzt rausgegangen. Achso. Ich hab jetzt gleich noch eine Runde oder irgendwas. Ja, ich geh da ja auch gleich drüber. Wir gehen da ja auch gleich mal zu drüber. Machen wir die letzte Runde jetzt. Letzte Sache hier, die letzten Punkte. Ja. Wir sind entscheidend, wer die ganze Runde gewonnen hätte. Zehn von neun Ärzten sagen aus, dass... Das... ...ein Video vorm... ...vorm Schauen, Disliken und nur... ...weil es selbstsicht ist. Die zwei mal täglich gesündet. Aber das war zu gut. Das... ...dun mit AIDS die zwei mal täglich gesündet. Das passt nicht. Ne. Das Reiner kam jetzt. Na gut, dann ist die Runde vorbei. Und dann... Das war das einzige, was passend war. Jo, alles gut. Alles gut.